Mein Name ist Thomas Brancalion, ich bin 41 Jahre alt, stolzer Vater dreier Kinder, mit meiner Frau, verheiratet. Ich bin Jurist, ich spiele Musik, ich spiele Eishockey und bin seit langem in Bozen in der kulturellen Szene aktiv. Ich bin Bürgermeisterkandidat für das Team K in Bozen und ich bin mir überzeugt, dass Bozen, diese wunderschöne Stadt, in der wir leben, ein riesiges Potenzial hat, das zu entfalten ist. Wie wichtig es ist für uns, mehrere Sprachen zu kennen, das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Eine mehrsprachige Schule, mehrsprachige Kindergärten, das wäre das, was wir uns für die Stadt wünschen, eine mehrsprachige Gesellschaft. Für das stehen wir und das möchten wir fördern und unterstützen. Mehr Mobilität und weniger Verkehr für Bozen. Wir brauchen öffentliche Verkehrsdienste, die durch Taktfrequenz, Schnelligkeit und Bequemlichkeit überzeugen. Die Autobahn könnte auch als Nord-Süd-Umfahrung dienen, die kostenlos für die Bürger von Bozen zu benutzen ist. Wir wollen eine Stadt, in der die Jugend bleiben kann und zurückkehren kann. In der die Eltern Kinder großziehen können und Senioren im Haus betreuen können. Diese Stadt braucht Mut für Neues. Wir brauchen Leute, die gute Entscheidungen für die Bozener Bürgerinnen und Bürger treffen. Vielen Dank. Vielen Dank.